Seid herzlich gegrüßt! Wieder eine neue Folge. Ja, wir befinden uns, ja wo befinden wir denn? Irgendwie da unten in so einem Höhlenkomplex und da sind wir ja schon gewesen, meine ich, aber ich kann auch ganz bestimmt sagen, dass ich da drin war. Ja, und ansonsten komme ich hier nicht weiter, da geht es nicht weiter. Ich habe mich hier in einem, irgendwie ein Gebiet gewagt, das hätte ich nicht gedacht. Entweder ich gehe jetzt zurück oder ich fliege als Blutfliege hier runter und schaue mal weiter, ob mir das was bringt, das weiß ich jetzt nicht. Bringt mir das was, jetzt als Blutfliege hier runter zu schweben? Weil hier komme ich nicht hin, oder? Komm ich irgendwo hin? Nein, komme ich nicht. Und da drüben, ihr seht diese kleinen Felsspältchen hier, also beziehungsweise hier die beiden, da bin ich rüber gesprungen, habe hier noch geguckt, also brauche ich da erstmal gar nicht großartig hin. Ich werde jetzt mal den Blutfliegenspruch anlegen. So, dann gucken wir mal. Den Blutfliegenspruch, der sieht aus wie ein Häschen. Wo ist denn das Häschen? Hallo Häschen? Ähm, das ist... Ja, ich weiß, viele haben es wahrscheinlich schon sofort gesehen. Ah, da ist das Häschen. Ah, da habe ich nur zwei Stück von. Na gut, okay, dann machen wir mal die Blutfliege. So, jetzt fliegen wir hier mal runter. So, jetzt sind wir wieder hier, in dem alten... Ja genau, da waren wir schon. Gucken wir nochmal genau hin. So, jetzt sind wir sozusagen hier in dem Ölenkomplex. Und da geht ein Weg irgendwo hin. Und zwar, wenn es mich nicht stoppt. Heilpflanze, warum denn das? Ich war doch hier schon überall, das weiß ich. Genau, richtig. Und... Ja, da geht es natürlich da wieder raus. Naja, mhm, 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 dann kommen wir... Ach, schade. Genau, und da haben wir ja... Sorry für die Ruckler, ich habe vorher nicht den 360-Grad-Rundumblick gemacht. Und hier dürfte nichts kommen. Genau, kommt nichts. Nur sicherheitshalber, mal sicher gehen. Ach ja, mhm. Morgen ist übrigens Donnerstag, ich zeichne heute an einem Mittwoch auf. Also, ein Tag vor Vatertag. Und, äh, in der vorigen Folge, also die jetzt ich wirklich auf Donnerstag gelegt haben werde, ich werde das mal in speziellem Futur erzählen. So, da waren wir nämlich auch schon. Äh, wird das auch am Donnerstag gezeigt werden. Hier ist das... Äh, wie komme ich denn da oben hoch? Da oben, irgendwie ist doch oben auch noch was. Also, ihr seht das. Und zwar, wenn ich da mal... Oben rechts. Oben, ganz oben rechts. Wie geht's denn da lang? Komisch. Weil da hinten was ist. Ähm... Ich mache jetzt hier den Abgang und überspringe mal hier die weite Wüste. Und, äh... Boah, voll durch die Kürchenkaktus. Wieso liegt denn hier ein Fisch? Bäh, der muss ja stinken bei dieser Hitze. Und gucke mal weiter. Und gucke mal weiter, ob ich es jetzt überspringe. Weil hier war doch was. Genau, hier war ja dieses Ding. Da haben wir doch auch schon alles durch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, nee, nee. Da war eine abgeschlossene Tür. Ha. Irgendwie bei irgendwas war eine abgeschlossene Tür. War das jetzt hier rum? Und da rum? Und Löffelstiel, genau. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das noch mal in Erinnerung gerufen. Da verbirgt sich bestimmt noch was. So, wir haben ja drei Platten. Ach, supergeil. Super, supergeil. Supergeil. Blöd. Jetzt bin ich hier wieder. Jetzt müsste ich noch mal kurz ins Logbuch gucken, um mich noch zu orientieren. Würfel mit Francis. Die Kraft der Fokussteine, Skip. Soll ich mal Würfel mit Francis mal machen? Vielleicht gibt es da irgendwie was Besonderes? Ich weiß es nicht. Das Spiel beginnt. Haha. Laut Logbuch-Eintrag bin ich ja immer noch am Spielen. Äh, 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 voll der knochige Baum. Dann nimmt es mir nicht übel, dass ich hier nochmal hingehe, weil das kann ja durchaus sein, ich irgendwie noch was vergessen habe. Los. Ah, nein. Oder? Hä? Hä? Schade. Ja, ich weiß. Ich war hier schon. Dann haben wir hier so einen dummen Belia-Schrein. Dann, ich glaube, ich fitze mal wieder zu Gesichtern, mit denen ich mal ein bisschen was quatschen kann. Wie zum Beispiel, äh, Francis oder unseren Alligator Jack. Bis dahin. Ja, jetzt bin ich wieder im Piratenlager. Äh, Henry, äh, Greg ist also dein Boss. Allerdings. Und für dich immer noch Kapitän Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, sollst du ihm nicht kumkommen. Das würde dir nicht bekommen. Ich bin ihm schon begegnet. Umso besser. Dann weißt du ja, wovon ich rede. Ach ja. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Klar, warum nicht? Was will er denn haben? Ich will bei dir trainieren. Ambruster hat Zweihand und, äh, im Augenblick kein Bedarf. Das ist jetzt für mich neu. Vielleicht habe ich jetzt auch wieder gepennt. Ich weiß es nicht. Und dann an der Stelle, danke an den Kommentar, dass ich ja noch zu Greg muss. Ähm, und mit den Leuten des Piratenstreits. Hier streit im Piratenlager. Lukas und, äh, dann habe ich ja nach diesem Elvritsch gesucht. Da habe ich einen Kommentar bekommen, richtig. Es sind noch ein paar Leute auf dem Schiffchen da hinten. Ja, äh, äh, das ist also jetzt so, dass Smithy... Hey! Ne, da gibt es nichts Neues, dass ich dann wirklich zum Dingspumpsen muss. Hier zum, zum... Das ist Lukas, der will ja nichts mehr sagen. Nun, wie geht's? Und dann wird ich... Und dann haben wir jetzt nämlich unseren Francis hier. Da speichere ich doch mal lieber vorher. Ja, der, die ich kann mir vorstellen, dass ich Francis bestimmt besiegen muss. Und, ähm, ich habe schon meine Würfel angelegt. Lass uns würfeln! Genau, richtig, so. Gut. Ich mache übrigens mit hier. Ich habe eine Fünf. Und ihr? Eine Fünf. Ohne Scheiß! Ja, mit den 50 Goldstücken. Hier, eine Fünf. Was ist? Nicht, nicht wundern, ich werde weiter würfeln. Lass uns würfeln! Gut. Wieder eine Fünf hier, bei mir. Das kann doch nicht wahr sein. Na, und ihr? Eine Vier. Hä? Verdammt! Eine Zwei. Oh. Ja, mit den 50 Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ja, ich habe schon... Wie viel Mal gewinnen? Vier Mal. Oh, okay. Dann würfeln wir nochmal. Lass uns würfeln. Gut. Eine Zwei. Eine Vier. Hä? Verdammt! Eine Zwei. Er hat eine Zwei gewürfelt. Cool. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Machen wir weiter. Lass uns würfeln. Gut. Eine Sechs. Na? Müssen die Augen zählen, wa? Verloren. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Haha, sehr gut. Noch ein Spielchen? Ja, machen wir noch ein Spielchen hier. Lass uns würfeln. Gut. Oh, eine Eins. Na? Na? Mist. Eine Eins. Eine Hün. Pech gehabt. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Haha, sehr gut. Noch ein Spielchen? Cool. So macht das übrigens Spaß. Ähm, okay. Nochmal würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Wieder eine Eins. Eine Drei. Oh, eine Drei. Dammt. Zwei. Ja, mit den 50 Goldstücken. Ja, gucken. Hier hast du sie. Ja, ja, ja. Wie viel Mal muss ich noch gewinnen? Wieder ein Viermal. Ah, noch muss ich noch Viermal gewinnen. Super, klasse. Lass uns würfeln. Ja, gut. Und machen wir den Dreifach-Sound hier. Oh, jetzt habe ich eine Sechs gewürfelt. Achtung, gucken. Ja. Irgendwann muss das ja so kommen. Haha, da guckst du was. Eine Sechs. Verdammt. Eine Zwei. Ja, mit den 50 Goldstücken. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Noch ein Spielchen? Ja, gucken wir mal. Lass uns würfeln. Gut. Eine Drei. Eine Zwei. Eine Fünf. Hach gehabt. Na gut. Dann nehmen wir das endlich zu Ende. Ich bin da schon zehn Minuten rum. Noch ein Spielchen? Okay, wir zahlen eben heute eine lustige Würfel-Folge. Fünf. Na? Fünf. Eine Vier. Eine Vier. Verdammt. Eine Zwei. Okay, Franz ist nun eine Zwei. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ja, ja, ist gut. Ich könnte das einmal wegdrücken. Lass uns würfeln. Na ja, gut. Okay, aber das will ich nicht machen, weil irgendwie was mit Algorithmen und sowas, das will ich nicht unterbrechen. Eine Eins. Habe ich gewürfelt jetzt hier als Spieler. Eine Vier. Ah, eine Vier. Und eine Zwei. Ja, mit den 50 Goldstücken. Sehr schön. Was ist? Noch ein Spielchen? Aber natürlich. Wir machen den Würfel wieder rein und würfeln wieder. Gut. Und wir machen einen auf Shaker Maker. Eine Zwei. Habe ich gewürfelt jetzt hier wieder mal, ne? Oh Mist. Eine Eins. Du bist... Unentschieden. Unentschieden. Okay. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Hm? Lass uns würfeln. Gut. Eine Sechs. Na? Hallo. Drei. Jetzt hat der schon wieder gewonnen, dieser Franzis. 50 Goldstücke. Haha, so gut. Noch ein Spielchen? Ja, aber logisch. Vielleicht muss ich das jetzt auch mal machen. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Lass uns würfeln. Gut. Zwei. Eine Drei. Verdammt. Oh. Gut. Ja, mit den 50 Goldstücken. Ja, klar. Hier hast du sie. Wir machen nochmal ein Spielchen, ne? Wie viele Mal muss ich noch gewinnen? Noch zweimal. Haha, lustig. Lass uns würfeln. Moment. Lass uns würfeln. Gut. Eine Eins. Hier, ich kann es bestätigen. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Haha, sehr gut. Noch ein Spielchen? Gut. Lass uns würfeln. Gut. Zwei habe ich. Mist, eine Eins. Ich auch. Unentschieden. Wollen wir nochmal spielen? Ja, ich mache nochmal mit. Ich glaube, wenn ich diese blöde Verkrampfung da, dieses Weglasse, dann werden wir jetzt Glück haben. So. Fünf. Na? Eine Zwei. Eine Fünf. Hallo, nicht Francis Voraussagen. Das gibt's doch gar nicht. Menno, Menno. Lass uns würfeln. Mann. Sohn. Roland, bitte. Eins. Mist, eine Eins. Jetzt habe ich hier eins vorausgesagt. Hier deine 50 Goldstücke. Wie viele Mal muss ich ihn jetzt nochmal gewinnen? Das kann ja bis Ewigkeiten dauern hier. Okay, nochmal würfeln. Nicht auf Tastatur. So. Jetzt habe ich eine Sechs, ne? Ja. Eine Drei. Verdammt. Eine Zwei. So, wenn ich jetzt die ganze Zeit verliere, dann werde ich es anders machen. Dann werde ich es so weit machen, bis ich gewinne. Du musst noch zwei. Wie viel Mal gewinnen? Ich kann das kaum lesen hier. Lass uns würfeln. Gut. So, meine Voraussage eine Fünf. Egal für wen. Am besten für Roland. So, los, komm. Eine Drei. Hätte ich gehabt. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Oh, ich werde das jetzt mal an der Stelle mal abbrechen. Sie sind noch fünfmal muss ich gewinnen. Also, ich werde dann im Auf jetzt mal weiterspielen. Mal gucken. Ich glaube, meine Voraussagen bringen doch irgendwie nix. Wir sehen uns dann, wenn ich nur noch einmal gewinnen muss. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ja, das ist das. Ja, du musst noch einmal gewinnen. So. Drück mir die Daumen. Auch wenn das schon längst erledigt ist hier. Lass uns würfeln. Gut. Ja, dann heißt es, dass ich gewonnen habe jetzt. Eine Zwei. Oder? Verdammt, das gibt es doch nicht. Eine dämliche Eins. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind 50 Goldstücken. Ja. Jetzt habe ich fast mein ganzes Gold verloren. Hehe, Gold. 400 Goldstücke. Du hast mich vollkommen ausgenommen. Mhm. Wo läuft er denn jetzt hin? Da wollen wir mal ganz schnell hinterher. Nicht sägen. Ich möchte ganz gerne wissen, ob du noch eine Option hast. Nein, hat er nicht. Und in unserem Logbuch steht... Erfüllte Mission. Ich habe Francis beim Würfeln jede Menge Gold abgenommen. Es werden wohl 400 Goldstücke sein. Ja, natürlich. Hä? Tja. What is the matter now? Naja, vielleicht... Äh, ich behellige ich direkt nochmal. Obwohl, das bringt ja nichts, richtig. Hä? Hm. Da muss ich jetzt wieder kontemplieren und überlegen. Ja. Tja. Ich habe kontempliert, aber auch nur kurz, weil mir ist nämlich aufgefallen. Nimmt's überhaupt auf hier. Ich hab nämlich kurz mal... Ja, macht es. Ähm. Ich war noch gar nicht in dem Bereich. Ah, ha, ha. Hier war ich nämlich noch überhaupt nicht. Also sollte ich mal hier auch mal absuchen? Mein Gott. Na ja, das ist, das ist übel. Das ist, äh, los, komm. Oh, da hinten Lörker. Schön. Und hier diese giftspritzenden, giftigen, blöden Warane hier. Die grünen Warane. Und? Oh, der hat mich nicht so angegiftet. Okay, dann nehmen wir mal den nächsten. Oh, guck mal, da ist ein Skelett eines Nussschälchens. Eines Bootes. So. Ah, du sollst auf mich zukommen. Und eins, zwei... Oh, nur einen. Den ersten habe ich verfällt. So. Ähm, ist hier was lustiges an Gewächs oder anderen Items. Nein. Ich glaube, die Lörker dürften keine Schwierigkeit sein. Ja. Make the dance. Dance floor. Bin so albern heute. Und im Grunde genommen könnte ich eigentlich auf die anderen Lörker volle Kalotte drauf zu. Können wir jetzt auch mal machen. Oh, da ist eine Höhle. Ha, ha. Äh. Quatsch. Nicht brüllen. Sterben. Ja. Oh, guckt mal. Was ist... Was verbirgt sich denn hier hinter? Aha. Noch eine Höhle. Okay. Und da liegt was. Auf dem Grunde. Muss ich warten? Aha, ich muss warten. Und zwar ein goldener Kelch. Und dann wieder ein Lederbeutel. Okay, den habe ich jetzt wieder bei mir hinten auf dem Tisch. Hinter mir. Da habe ich meine Equipments. Und dann, äh... Achso, das könnte... Hm, das ist nichts bloß für athletische Übung. Was könnte hier die Verbindung... Was? Was? Feuerwurzel. Ist das nur eine enge? Ey, eine Wand. Das ist nicht einfach nur so eine Wand. Eine Wand. Okay, die Wand ist nicht zu öffnen. Wahrscheinlich mit einem Zauberbespruch. Simsalat Bimbam oder so. Einen Gott, schon 19 Minuten Netto-Spielzeit. Brutto-Spielzeit. Oh. Ja, hier gibt es wieder was. Einen Erzbocken. Was ist denn hier am liegen? Oh, der Große wird er hier. Mhm. So. Dann werde ich mal vermuten, dass es hier weiter nichts gibt. Moment, das ist das Ende von dem Schiff bestimmt. Hier liegt noch was. Jedenfalls sieht das danach aus. Und zwar ein Schatöllchen. Ja, ein Schatöllchen. Ähm... Okay, haben wir hier noch was zu liegen? Nö, ich glaube, das war's dann. Dann können wir betrost in diese Höhle da rein. Oder das, was sich hier als Höhle vermuten lässt. Gucke ich nochmal auf der Karte. Da soll ja auch ein Schatz sein. Ne, oh Gott, das ist ja weiter weg. Aber für... Ah, Schlaf, Schattenläufer, Schlaf. Meine Katana, die ist scharf. Jetzt sollte ich mal speichern vorher. Oh, jetzt habe ich gespeichert, ist er da weggerutscht. Auch mal so einen schönen Effekt. Wahrscheinlich kann ich ihn dadurch besser treffen. Weil er mich so richtig in der Augenhöhe ist. Ne, machen wir das mal. Dem, 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 dem. Oh, 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 oh. Der steckt aber nicht so viel ein, oder doch? Er kommt auch mal ein bisschen zum Pranken. Aber ich weise ihn doch in die Schranken. Sehr schön, Schattenläufer. Geplündert. So, das ist auch ein Dead End. Schleichmodus mal wieder rausnehmen. Mana Extractico, Blitzschlag, Capitico, Golden Halskette. Noch was? Nein, nichts. Das soll es jetzt schon gewesen sein für diese Höhle. Oh, hä? Wie kommen wir denn da hin? Weil da oben drüber ein Schatz ist. Na, also, wo sind wir denn? Aha. Ja, nee, nicht ganz. Muss ich irgendwie woanders durch. Da ist so ein Turm. Äh, der Turm, der Turm. Oh, meine Gripsknochen da oben. Im Schädel muss ich mal wieder richtig zusammenhauen. Ich werde mal diesen einen Weg da nehmen, um zum Schatz zu gelangen. Vielleicht komme ich da hin. Also, bis später. Ich sehe gerade, da war ich ja schon. Da musste ich ja von unten, von dieser Wüste da rein. In dem Canyon. Hm. Dann lassen wir uns mal in dem rechten Bereich uns mal begeben. Und zwar das, wo so sumpfig grün aussieht. Ich denke mal, dass es wieder so ein Sumpf ist. Ja, okay. Bis dahin. So, rein ins Tal. Und dann nochmal gucken. Ich glaube, das war rechte Hand, da wo so grün ist. Richtig, geradeaus. Dann gucken wir mal, was uns da noch blüht. Dann dem Weg folgen. Nachdem du hier so lustigst rumgehüpft bist. Das wird dieser sein hier. Ja, da gibt es wieder Varanix. Wuschi, 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 wuschi. Ah ja, das sieht lustig aus. Sehr sumpfig. Das könnte wieder Sumpfgebiet sein. Okay. Oh, habe ich wieder was einstecken müssen. Was gibt es denn hier zu entdecken? Nichts Besonderes. So, das wird wieder ein bisschen unübersichtlich hier. Oh ja, da ist schon der ganze Dunst. Okay. Ja, Sumpfkraut. Dann haben wir hier noch ein paar Klamotten. Essenz der Heilung. Und ein Skelett. Bäh. Oh, da hinten gibt es wieder diese Sumpfgas-Dinger da. Diese Ballöntchens. Und wieder schöne. Ach, hallo, wer bist denn du? Eine normale Blutfliege. Auch selten und auch nicht oft hier. Na. Muss nicht sein. Ja. Na. Ich wollte dich doch... Ach so. Hä? Später haben wir es schon. 20 vor 11. Mach mal ein kurzes Speicherpunkt. Läuft, läuft. Und schauen wir mal hier, was wir hier auf diesem... Eieiei, ein rotes Kreuz. Werde ich jetzt angegriffen? Kann das sein, dass irgendjemand mich angreifen will? Welches rotes Kreuz ist denn das hier? Ja. So. Das ist ein nicht verzeichnetes rotes Kreuz. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch im Tagebuch stand, dass nicht unbedingt alle Kreuze verzeichnet sind. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale. Korrigiert mich in den Kommentaren, falls ich da falsch liegen sollte. Ansonsten... Jo, meh. Gut. Dann haben wir wieder blöd... Wo geht es denn hier lang? Ach, man kann auch hier runter? Ja, okay. Jetzt hier irgendwie was verpasst? Nee. Von hier bin ich angekommen. Aber ich habe die Treppe nicht genommen. Haha. Logisch. Mal gucken, was haben wir denn hier auf der rechten Seite? Okay. Aha. Ja, jetzt muss ich mir ein System überlegen, wie ich das aufräume. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Mhm. Was ist denn heute? Heute ist... Ach ja, morgen ist Vatertag. Vatertag. Ja, ich habe keine Kinder. Also brauche ich keinen Vatertag feiern. Jo. Kann auch von Vorteil sein. So, dann gucken wir uns mal. Ach ja. Oh, 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 oh. Habe ich abgespeichert? Ich glaube nicht. Kommt da jemand raus? Ich speicher schnell ab. Dann kann ich los. Wo seid ihr denn? Da war irgendwie noch so ein... Ach hier, ein Goblin-Schamane. Na? Okay. Oho, wieder einer Schatz gefunden. Da ist nicht zu holen. Aber den schauen wir an. Der hat einen kleinen Feuersturm. Kann manchmal nützlich sein. Dann Dunkelpilz. Dann Dunkelpilz. Gut für Manna. Pappamana. Manna-Papa. Kudlerfleisch. Dann schauen wir mal. Ich gucke immer noch mal drauf. Das Kreuz ist markiert und angezeichnet. Hacke, Hacke, Kuchen. Der Bäcker hat eine Macke. Nein. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Rosen Lederbeutel. Elixier des Lebens. Das hört sich gut an. Und da ist es auch schon. Das Elixier des Lebens gibt 20. Da fällt mir gerade was ein. Beim Würfelspiel habe ich vergessen, wieder mich umzurüsten. Und zwar sollte ich mal wieder hier. Genau. Ja, dann haben wir richtig viel Lebens-Energy. Budlerfleisch. Wieder Budlerfleisch. Okay. Hier, da war noch einer. Kann immer nicht alles auf. Wenn ich irgendwie was verpassen sollte, vergessen sollte, ich glaube, dann ist das nicht so schlimm. Wenn es was Wichtiges ist, dann weiß ich ja, dass ihr sehr aufmerksam seid und sagt, du hast etwas vergessen hier. Ja, ich gehe noch mal hin. Möglichst zeitnah. Wie zum Beispiel den Feuer-Golem in der Lavahöhle. Da bin ich immer noch nie zugekommen. So ein Blödsinn. Okay, speichern. Ja, da gibt es sehr viele Peoples da. Wie mache ich das jetzt? Am besten, ich halte mich wieder wie so ein Mäuschen am Rand auf. Oh, hier gibt es wieder ein paar Mesh-Fehler. Sind nicht geschlossen. Oh, das sind so diese... So, warte mal. Vielleicht, vielleicht habe ich ja irgendwie das Glück und kann diese Peoples da. Sumpf-Gas-Drohne, richtig. Sumpf-Warte. Vielleicht kann ich sie halt eben... Ne, ich will dich haben. Gucken. Ich möchte mal wieder was Einfaches mit einem Pfeil und Bogen erledigen. Toll. Spucken mich an. Toll. Was gibt es denn hier eigentlich? Ach, nur so ein Giftkram. Ach, nee. Das bringt also noch nichts. Werde ich also hier wohl mit... dem... Schwertchen was machen. Okay, das ist... Dö-döf. Nichts zu holen. Oh, wie lange so einen kräftigen, grünen Waran. Der hat mich aber auch kräftig gebissen. Essen. Hm. Eine Sumpf-Ratte hat mich noch während des Essens nochmal versucht fertig zu machen, aber da war ich schneller. Obwohl die ziemlich... Na, jetzt haben wir ihnen hier. Irgendwas noch auf mich zukommend. Ne. Da habe ich ja so viel eingebüßt. Kommt da ganz perfide langsam an. Mann, oh Mann. Nichts zu holen. Irgendwas ist noch im Angriffsmodus. Oh, da ist noch eine Höhle. Und eine Sumpfgast-Drohne. Hat die mich? Ja, die hat mich. Aber Salz. Das Essen. Ja. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Noch ein bisschen Zeit, um zu gucken, was hier bereit ist. Budlerfleisch. Habe ich hier irgendwo noch was gesehen? Ich meinte, hier eine Höhle gesehen zu haben, aber da sind nur diese Steinchen hier. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Und zwar ungefähr hier. Oh, hier kann ich... Hier brauche ich nicht warten. Also kann ich durchrennen. So, da ist ja schon wieder die Sumpfrate. Machen wir für dich jetzt mal hier... Für diese Folge machen wir jetzt am besten mal ein Fini. Und so viel schneiden brauche ich hier nicht, das weiß ich. Klingt eigentlich alles ganz gut. Ja, und bevor ich hier ganz versumpfe, wünsche ich euch einen guten Tag. Bleibt standhaft. Und da hinten die Sumpfgast-Drohne, die mag ich beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Und Servus. Ciao. Ciao.